Annemarie Berlin versendet in über 38 Länder und dass das alles funktioniert, dafür ist der Versand zuständig und das zeige ich euch jetzt. Von hier aus werden die Pakete für die Händler zusammengesetzt und im Prinzip ist es so, dass der Vertrieb die Aufträge bekommt und die Aufträge werden in unser Pick-by-Light-System eingespielt. Also ich kann es dir mal erklären, wie das abläuft. Ich scanne praktisch den Auftrag ein und anhand von der Pick-by-Light-Schiene zieht man die Positionen, die leuchten und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Die Lämpchen leuchten und wir wissen dann, okay, die müssen gepackt werden. Und wie viele Pakete packst du so am Tag? Also ich packe so um die 200. Das ist schon eine Menge. Dann geht es weiter. Die Kollegen schieben es zur Endkontrolle und da laufen wir jetzt hin. So und jetzt kommen wir zur Endkontrolle. Hier steht schon unser Päckchen. Wie viele Pakete werden eigentlich am Tag so verschickt von euch? Wir haben 1000 Stück am Tag. So und hier wird es praktisch gewogen. Anhand Computer können wir erkennen, ob alles da ist, was bestellt wurde. Nach der Endkontrolle trugen wir das Passantetikett aus. Es wird einfach draufgeklebt und dann wird es verschickt. Und fest, ne? Ja. 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 Vielen Dank.